Für Leute, die neu einfangen, stellt sich immer die Frage, wo kann ich eigentlich meine Sachen betanken und welche Möglichkeiten gibt es dort. Um seinen Sprit zu bekommen, gibt es natürlich die altbekannten Tankstellen, aber auch die Möglichkeit bei dem Händler, Sprit in Kanistern zu kaufen. In dem Video werden wir ein bisschen genauer darauf eingehen und auch noch einen Geheimtipp lüften. Zunächst möchte ich euch dafür einmal das Tankstellennetz zeigen. Hier seht ihr die Tankstellen mit den grünen Kreisen auf der Karte eingezeichnet. Darüber hinaus werde ich euch auch nochmal den Link bezüglich des Tankstellennetzes nochmal in die Infobox einpflegen, damit ihr da immer beruhigt nachschauen könnt. Sollte die entsprechende Tankstelle leer sein oder auch der Händler nicht über entsprechende Benzinkanister beim Mechaniker verfügen oder ihr vielleicht auch einfach gar nicht den Preis beim Händler zahlen wollt, der meistens auch etwas höher ist, gibt es noch eine dritte Alternative, die vielen Spielern gar nicht bewusst ist. Denn es gibt noch weitere Tankstellen in Scum, die man so auf den ersten Blick gar nicht erkennt und die auch gar nicht ausgeschildert sind. Diese befinden sich am Airport, am Flughafen. Zum Beispiel befinde ich mich gerade hier im Bereich A4, auf dem A4 Airport und auch hier könnt ihr tanken. Denn diese Container dort hinten, also diese Anhänger mit dem Tank drauf, sind auch Tankstellen. Sie sehen zwar erstmal nicht so aus, als wenn sie es wären, aber ihr seht auch hinten eine entsprechende Zapfsäule oder einen Zapfsäulenhahn. Ich habe das jetzt hier mal vorbereitet und habe ein VW Wolf mitgebracht und möchte den jetzt betanken. Wie ihr seht, habe ich ungefähr ein Drittel Sprit weniger als Maximum. Das heißt, wir können ein Drittel Sprit nachtanken. Der Tankvorgang an den entsprechenden Anhängern findet so statt, dass ihr in der Nähe des Tankanhängers parkt. Also auch ähnlich wie bei der Zapfsäule. Es macht hier keinen Unterschied, ob ihr da irgendwie vor, hinter oder daneben steht. Wichtig ist nur, ihr seid nah genug dran. Wenn ihr jetzt hier hinten schaut, gibt es auch hier hinten die Zapfpistole und diese Leiste, die wir auch von den Tanksäulen kennen. Wenn wir jetzt überprüfen, dann hat dieser Tankbehälter hier 100%. Also er ist voll gefüllt und wir können aus dem vollen schöpfen. Der Preis ist auch derselbe wie bei den Tankstellen und somit ist es kein Problem, den Wagen zu betanken. Das mache ich auch jetzt und dann können wir auch sehen, wie sich allmählich die Tankanzeige füllt. Wir warten jetzt bis 100% erreicht sind und ihr seht hier auch schon die Tankfüllanzeige vom VW Golf bzw. VW Wolf ist wieder auf Maximum. Also der Tankvorgang funktioniert ganz normal. Die selbe Tankstelle findet ihr auch hier in Z0 beim Airport. Also das ist das Pondon dazu. Also habt ihr zwei quasi geheime Tankstellen, falls ihr die noch nicht kanntet, die ihr zusätzlich benutzen könnt, wenn ihr mal in der Nähe keine Tankstelle habt oder gerade vielleicht im Bereich A4 oder Z0 seid. Das war auch schon mein geheimer Tankstellen-Tipp. Wenn ihr euch interessiert, wie zum Beispiel Shortcuts funktionieren in Scum, bleibt einfach dran, denn beim nächsten Video zeige ich euch die wichtigsten Shortcuts, die wir in Scum verwenden können. Ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal, lasst auch gerne ein Abo da. Bis bald, euer Bexholik.